hey leute und willkommen zu diesem neuen video unser vater hat uns ein bubble tea mitgebracht und den testen wir heute zusammen und mit unserem pferd snow ja das würde ich sagen stellen wir jetzt erstmal zur seite und dann hört ihr mein mikrofon das ist richtig gut oder ich habe ein mikrofon gekauft bzw mein bruder hat sich das gekauft und ich darf das heute benutzen wir haben hier einmal lemon mit mango mit diesen bubbles und ich habe hier einmal hinbeere mit blaubeere ich würde sagen wir machen das jetzt auf und du kannst das auch machen wir testen das jetzt beide genau du kannst es schon mal aufmachen ich öffne jetzt meins ich bin hier gerade in dem raum von meinem zimmer er von meinem bruder in dem zimmer von meinem bruder ich mach jetzt mal drauf ich mach den ich mach den jetzt auf und ich werde ich hab die idee was ich